Der Torneo Cup geht in die entscheidende Runde. Und es wird krachen, das können Sie mir glauben. Wir sind selbstverständlich und röstlich. Doch alles muss nun mal irgendwann zu Ende gehen, so leid es mir tut. Lassen Sie uns diese wunderbare Chance nutzen, um noch einmal richtig abzufeiern. Ja! Ja! Als erstes unsere Juker hat, die bislang jeden Gegner einfach so weggelegt hat. Das Pärchen, das unsere Hälften im Staube erobert hat. Lauter und er ist die Champions der bezaubernden Möderwelt. Wunderbar! 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 Die hungrigen Killermaschinen von Choco-Busain! Applaus für das sezierende Duo! Duo? Oh Gott! Eine Leihgabe von Shinra. Das darf doch nicht wahr sein! Nada! Wer wird sich das Preissgeld wohl sichern? Haha! Freuen Sie sich auf ein großes Finale voller Emotionen! Die Entscheidung des Kameo-Cats! Ring frei! Verwachen Sie sich auf ein großes Finale voller Emotionen! Oh Gott! Die Entscheidung des Kameo-Cats! Zulat! Nicht wahr! Das war's dann! Wunderbar-Kameo-Cats! Das war's dann! Aus� MEME-Cats! Geh! 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 Gehah! Das war's! Was ist die Überleistungserfolg? Der Link im Corneal Cup geht an T-Cloud und Iris! Mein herzliches Beileid. Hm. Nanu, du bleibst erstaunlich ruhig. Ich dachte, ich könnte dich wüten und toben sehen. Jede Münze hat eine zweite Seite. Man muss sie nur umdrehen. Das macht's ja so interessant. Gilt aber nicht bei deinen gezinkten Talerchen. Hm. Mach's gut. Na dann, werd ich mal meinen Gewinn einstreichen. Das muss noch warten. Tut mir leid. Auf Befehl des Dons gibt es noch einen weiteren Kampf. Gewinnt ein Team den, gehört das Preisgeld dir. Sag mal, kleiner, willst du mich verarschen? Das würde ich niemals wagen. Sehr gut. Jetzt können wir tiefer helfen. Ja. Lass uns zurück zu Madame M gehen und das Kleid besorgen. Mhm. Ich unterbreche eure Feier ja nur ungern. Aber ihr werdet leider nochmal für mich kämpfen müssen. Wieso denn das? Ihr habt die Stimmung ordentlich angeheizt. Die Leute sind in ausgelassener Wettlaune. Sie setzen Unsummen auf eure Kämpfe. Ihr glaubt doch nicht dem Ernst, dass Corneo sich diese Chance entgehen lässt. Soll heißen? Er wird euch einen letzten Gegner vorsetzen. Erst wenn ihr den besiegt, ist das Turnier gewonnen. Davon war keine Rede. Das brauchst du mir nicht zu sagen! Dieser gierige Bastard! Dieser... Was will man machen? Auf dem Wallmarkt hat nun mal Corneo das Sagen. Aber wenn ihr den nächsten Kampf gewinnt, bleibt selbst Corneo nichts anderes übrig, als euch zu Siegern zu erklären. Das Publikum macht das auch nicht ewig mit. Der Kampf ist der letzte? Das will ich doch hoffen. Okay. Alles klar! Also dann, viel Glück! Füllt meine Taschen brav mit Geld. Oh je, da hat die mir ja richtig was eingebrockt. Abgefahren, ihr habt's echt drauf. Bin schon gespannt auf euren nächsten Kampf. Na, alles bereit? Wette hin oder her, ihr habt einen neuen Fan gewonnen und ich bin sicher nicht der Einzige. Ihr schafft das schon. Was für ein großartiges Spektakel dieser Kampf doch war. Ist doch so, oder nicht? Wäre doch echt ein Jammer, wenn der Spaß jetzt schon vorbei wäre. Zum Glück muss hier niemand enttäuscht nach Hause gehen, denn der fantastische Don beschert uns allen einen schönen Extrakampf. Am Start sind wieder alte Bekannte. Die Turbel-Täuschen, die diese Arena in Sturm erobert haben. Klaus und Elif! Klaus, hast du später schon was vor? So cool, so süß! Klaus, du bist der Geilste! Eris, bitte wärt mal eine Frau! Ihr Gegner! Kommt aus den tiefsten Tiefen unter dem Kolosseum! Kein Ungetiefel aus den Feuern der Hölle! Und selbige ist dir sicher gleich los! Die geheimste Waffe des genialsten Dons! Begrüßen Sie mit uns, das Herrschönenhaus! Begrüßen Sie mit uns, das Herrschönenhaus! Haus? Das würde mich schwer wundern. Ein Haus, das einem Albtraum gleicht gegen das dynamische Du. Einen solchen Kampf hat die Welt noch nicht gesehen, meine Damen und Herren! In der Tat, sowas hat es noch nie gegeben. Dieser Kampf wird in die Annalen der Geschichte eingehen. Oh, Spannung! Werden Sie von den Stühlen rutschen! Vorhang auf für das große Finale. Ring frei! Es ist zumal, dass auf dem Albtraum festhalten wird. Das Hormeo-Kraft-Sonderes geht los. Sieh'n Befall! Warten ein besonders eins für die Vergebnisse daraus! Sich mit unserem unschlagbaren Traumballen Klauton erhebten zu lassen! Verstander! Das hat ein Wundergang des Schönen Hauses gerüttelt. Letzt muss das Dream Team die Chance aber auch nutzen. Was im Versammlungsmöglichkeitenине! Was im Versammlungsmöglichkeiten geht! Ich bin's weg! Das ist in der Mitte. Und, jetzt geht es jetzt um die Unversammlung! Die Fass verrat! Ich bin's weg! Ich bin das toll! Außer zum ersten Mal Besuch! Was im inneren Wohlfalt blutet, ist mein Kämpfer am Steilung? Ich will's, glaube ich, gar nicht wissen! Nein! Unglaublich! Das Höllenhaus ist doch tatsächlich regungslos! Warte! Das war aber ganz schön schnitt von therein. Es fängt erst an. Sonnerwetter! Warte! Nein! Achtung! 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 Zunächst! Kuscheln im Rückzugsort! Dieses Haus hat Menschen zum Fressen gern! Achtung! Das Höllenhaus zeigt sein wahres Gesicht! Die werden Claude und Aerys darauf reagieren! Achtung! 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 Was für ein süßer Arnhalt! Achtung! 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 Da ist sie! Entstiegen aus dem ewigen Eis! Die eiskalte Königin, deren schönes Klaude ist am Boden! Das hat jetzt gerade noch gefehlt. Jetzt wird der Kampf erst recht gefährlich. Wir sind auf Gotten von Aerys. Das hat sicher nie getan. Ich bin nicht geworzen. Schluss! Aus! Rausverkauf! Stühle zum halben Preis! Auf ein neues. Ein absolut unvorhersehbarer Zug. Die werden Kraut und Aerys auf diesen hölzernen Niederschlag reagieren. Dann los! Und zum Mundbeachtung. Das Publikum wartet schon drauf. Das Publikum wartet von mir wohlhergehen und hält vor Spannung den Atem an. Dann los! Das war's für heute. Unglaubliche Wechselspiele aus verpickter Offensive und Defensive. Ich mach gar nicht Bensel, so dieses Knistern in der Luft. Da braucht sich doch was zusammen. Was sieht das für ein Haus wohl als nächstes aus? Das Höllenhaus ist wehrlos. Jetzt ab in die Offensive. Meistreit. Was geht in Defensive-Welten wohl vor? Jetzt in jeder Sekunde. Los! Was geht in Defensive-Welten? Meistreit! Auf der Schublinge Höllenhaus, dein Offen war lebend erteiligt! Eine echte Zerreißprobe für die beiden Liebenden. Möbelkauf führt immer zum Streit! Nach diesem vernichtenden Inferno wird kaum noch gesteht! Cloud wird ganz schön angeschlagen. Ob er in der Verfassung noch lange durchschlägt? Ich bin bereit. Ich bin auch bereit. Lass du in der Fall aber mitbringt euch auf an? Willst du sich seventhOMEan? NO! Da wird ordentlich ausgemistet, was? Na los, raus mit den Staubfängern! So ein Angriff ist schwer zu verkraften! Fürsorgliche Verarztung durch die schnuckelige Eris! Ein heilsamer Luft zieht durch die Arena! Der Heil liegt für Körper, sondern auch für ihn! Der Schmärme! Hier! Ich habe es nicht nach dem Boden! Erstaubt das Ende für dieses Speichdammt der Architektur! Jetzt wird abgerechnet! Der Schmärme! Was? Es fliegt! Oh, es fliegt! Habt man sowas schon gesehen? Das nenn ich Architektur! Keh! Achtung! Jeder, jeder hat sich verändert! Welche diabolischen Pläne verfolgt das Handeln ab und zu diesem Teil? Nicht gut. Das hat für uns du, was das verändert! Alles Gute kommt von oben! Hoffentlich sind die beiden gegen Niederpflege versichert! Überraschung! Eine kleine Aufbesserung mit besten Rüsen vom großen Wappen vorliegen! Was da sein ist? Leider aufmachen! Dann sehen wir! Die Falle ist zugeschnappt! Fütterungszeit für das Höhlenhaus! Jetzt reichen wir aber! Mann, dieser Angriff hat ja die ganze Arena-Waffe nach! Wann? Arbeiten wir im Team! Ist das richtig? Kein Grund! Das ist nämlich Wohltätigkeit! Wieder einmal bewahrt der Don seine Selbstlosigkeit und Mächtenliebe! Sag ich euch, was ich kann! Hier! Komm! Wer sind wir? Ein unglaublicher Spezial an dem von Höhlenhaus! Los! Übernimm du! Oh man weiß! Oh man weiß! Schluss jetzt. Der Kampf nähert sich langsam, aber sicher seit einem Ende. Aber es bleibt bis zuletzt spannend im Poneo-Kampf. Wer wird den Sieg nach Hause bringen? Der gerade dringend auf Kervus sollte aufhören. Nicht vor Auflegung locker lassen. Körbler Nummer 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1. Ich dich die Herrkampf. Barriere wechseln! Kommt das Traumpaar damit klar? Schmerz! 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 Ein heftiger Schlag für Team Cloud und Aerys! Knuck out! Aerys ist am Boden! Ein Spiel erschockt für alle die Aerys in der Arena! Nicht übertreiben. Wenn es Cloud und Aerys sich wieder hoch hat, wenn der zu spät geht! Was geht in diesen vier Welten wohl vor? Jetzt zählt jede Sekunde! Aerys ist verrückt! Aber von dem Versuch scheint sich das arme Mädchen erst mal erholen zu müssen! Wir gemeinsam sind Cloud und Aerys stark! Doch wie sieht es aus, wenn einer der beiden ausfällt? Wie sieht es aus, wenn einer der beiden ausfällt? So ein Angriff ist schwer zu verkraften! Jetzt? Und wieder ändert das Höhnenhaus seine Barriere. Was kommt jetzt? Es bleibt spannend. Ich kann es nicht schlafen. Ganz schmerzhaft. Ein heftiger Schlag für Team Klaus und Aerith. Team Klaus und Aerith nehmen in der Holzklasse Platz. Ein regelrechter Stuhlgang, der auf die beiden Niederplatte. Fürsäufliche Verarztung durch die schnuckelige Aerith. Ein heilsamer Duft zieht durch die Arena. Der heilt nicht nur Körper, sondern auch viel. Die Falle ist zugeschnappt. Fütterungszeit für das Höhnenhaus. Höhnenhaus. Ein Ungerbiger Speziale am Lipps von Herdera. Hey! Hey! Jetzt ist es richtig! Hey! 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 Kjöngler! An der man jeweils auf das größte Stern ab! Die einzelne Verteidigung des Höhenhautos wird im Pärchen wohl zum Verhältnis! Nutzen Kjöng und Errett ihren Vorteil aus! Das Schönehaus hat sein Ziel im Visier! 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 Ungewöhnlich, dass dich jemand fasziniert! Gefällt er dir? Das Schönehaus hat sein Ziel im Visier! Mit dieser explosiven Überraschung im Haus wird sich jeder Dieb zweimal überlegen, ob er bei euch einbricht! Beeilung! Nur noch wenige Stücke verfügbar! Da seid ihr ja! Ich hab euch schon gesucht! Ich soll euch eine Nachricht von Madame M überbringen! Gut gemacht! Kommt bei Gelegenheit in meinem Salon vorbei, lässt sie ausrichten! Übrigens, hättet ihr Interesse daran, demnächst wieder im Kolosseum zu kämpfen? So große Turniere wie das von heute sind selten, aber kleinere Kämpfe gibt es ständig! Beim Zuschauen hab ich glatt Lust bekommen, auch mal anzutreten! Wer hat behauptet, dass Frauen keine Chance hätten? Endlich sind wir auch mal Champion! Hier! Ich glaube, wir sind die Champions! Ihr seid der Wahnsinn! Ich dachte nicht, dass ich mich noch einmal so für etwas begeistern könnte! Aber das ist doch mal was mit einem guten Team! Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg! Wirklich beeindruckend! Am liebsten wäre mir ja, wenn du meinen kleinen Johnny unter deine Fittiche nimmst und ihm ein bisschen was beibringst! Du weißt schon, Stahl schärft Stahl! Und am Ende seid ihr echte, ebenwürdige Freunde fürs Leben! Hahahaha! Chocobo-Bohnen! Der beliebte Snack aus den Slums! Jetzt mit noch mehr Geschmack! Hör mir mal zu! Und das war gewesen, total schlecht! Chocobo-Pop! Ich sag's dir, das war nicht leicht! Blut, Schweiß und Tränen sind geflossen! Kassi-Bahn! Von da, wo du bist! Du, wirst du jetzt schon raus! Kommt nix auf ihn! Hör mir mal zu, der ist vielleicht! Entschuldigung! Stellt! Im Moment... Was bin ich nur für Eindlichkeit? Hä? Die Kerle hier kann man alle vergessen. Aber nicht mal. Äh, ja. Ah, ihr seid's. Das Kleid habe ich vorbereitet. Aber vorher würde ich kurz noch gern was klären. Hab gehört, dass du dieser Alles-Könner bist. In Sektor 5 hast du ja anscheinend schon ganz eindrucksvoll deinen Mann gestanden. Äh, packst wohl gerne fest an, was? Es heißt nicht umsonst, ohne Schweiß kein Preis. Je mehr Leuten du hilfst, desto lukrativer wird das für dich werden. Eris werde ich ein Kleid zur Verfügung stellen, das seinesgleichen sucht. Mach dich auf was gefasst. Aber Zeit ist Geld. Genug geplaudert. Das Kleid ist eine Leihgabe. Damit dürft ihr den Weihmarkt nicht verlassen. Seid ihr soweit? Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Gut Ding will bekanntlich Weile haben. Das gilt beim Ankleiden ganz besonders. Mal sehen. Was machen wir mit dir in der Zwischenzeit? In weiblicher Begleitung muss man sich oftmals zurückhalten, nicht? Wie wär's, wenn du dich etwas amüsierst? Scheinst dich ja bei uns schon ganz gut eingelebt zu haben. Jetzt guck doch nicht so. Es erwartet hier keiner, dass du dich ganz alleine verlustierst. Aber die Details regelt ihr Männer besser selbst. Ich habe Sam bereits Bescheid gesagt. Warum hab ich nie gebeten? Jetzt sei doch nicht so ein Hasenfuß. Das ist ne einmalige Chance. Sieh zu, dass du endlich ein richtiger Mann wirst und diese Meme zu Grabe trägst. Also dann, folge mir bitte, Eris. Wie das Kleid wohl aussieht? Bin mal gespannt. Mit nem Kleid allein ist es nicht getan. Nein, nein. Dein dilettantisches Make-up und die Frisur werden wir auch einer Frischzellenkur unterziehen. Wow! Gut, Cloud. Bis später. Es wird nicht gespannt. Ich hab doch gesagt, du sollst nicht kochen. Ich hab doch gesagt, du sollst nicht kochen. Ich hab doch gesagt, du sollst nicht kochen.